Du machst nie das Gleiche, du bist nie auf dem gleichen Gelände, du bist immer unterwegs, du hast immer irgendwo eine andere Baustelle. Und das ist halt schon, was es ausmacht, glaube ich auch. Wir suchen hauptsächlich Polieren. Also ich bin der Karl, bin in Wesseling auf der Baustelle. Mein Name ist Daniel und ich bin Polier bei der Firma Schäfen. Wir arbeiten in vielen Bereichen, wir machen den industriellen Rohrleitungsbau, den kommunalen Rohrleitungsbau, wir machen Anlagenbau, wir machen Straßenbau. Wir sind eigentlich ein Allrounder, wir können viel. Wir haben ein eigenes Ingenieursbüro, das mit den Aircraft sitzt, die hier für uns auch die Planung übernehmen, für einige Bereiche, auch für einige Kunden nur die Planung machen. Koordination mit dem Kunden, dann die Arbeiten weiterreichen an die Mitarbeiter, Aufmaß erstellen und später abrechnen. Wenn die Baustelle fertig ist, ist man froh, wenn man mit dem Kunden dann über die Baustelle geht, guckt sich alles an, macht dann eine Schlussabnahme, dann freut man sich wieder auf neue Herausforderungen. Viertel vor sieben fangen die Leute an zu arbeiten, die kommen dann rein, dann kriegen die dann gesagt, was sie machen sollen. Dann kommen aber auch schon die ersten Kundengespräche. Nachmittags fährst du dann wieder auf die Baustelle, zwischendurch machst du was Papierkram, Schreibarbeiten, gehst du die Unterschriften dann holen beim Kunden für die geleisteten Arbeiten. Viertel nach vier ist Feierabend für die Jungs. Dann sprichst du mit denen nochmal durch, was morgen gemacht wird. Bei mir fällt dann um fünf Uhr der Hammer. Die Leute und die Kollegen sind sehr angenehm, man versteht sich eigentlich mit allen hier. Das Verhältnis mit den Vorgesetzten ist hier auf Augenhöhe. Du bist per Du mit den Leuten, kannst dich unterhalten über alles, keiner wird alleine gelassen. Jemand offenen, ich finde selbst jemand sehr offenes, engagiert natürlich. Der Charakter sollte auf jeden Fall passen und teamfähig zu sein. Also ich habe nach der Lehre als Schlosser hier angefangen. Scheven hat mir die Möglichkeit gegeben, einen Vorarbeiter zu machen, später dann als Polier. Und heute bin ich da angekommen, wo ich eigentlich mal hin wollte. Vor 38 Jahren hier angefangen und habe eigentlich nie gedacht, hier wegzugehen. Ich sage mal so, hier bei Scheven machen die viel für die Mitarbeiter. Für Leute, die jetzt keinen Führerschein haben, die werden zur Vorbildung geschickt, damit sie einen größeren Führerschein machen können. Du kriegst hier Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Es gibt eine Weihnachtsfeier, weil im Sommer gibt es auch einen Grillen, das ist schon ganz cool. Dann siehst du auch mal die anderen Leute, das ist schon echt cool. Also die Bauleiter, die Meister poliere, die haben Firmenfahrzeuge, können ja auch zur privaten Verfügung benutzen. Was hier ganz gut ankommt, ist das Job Hub. Also tolle Kollegen, tolles Unternehmen, sicheren Arbeitsplatz. Mach es einfach, warum nicht? Gute Firma, gutes Geld. Also wenn du einen geilen Job haben willst, komm zu Scheven, bewirb dich. Bewirb dich bei uns, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.